Also das als Vater anzusehen ist halt... Bist schon mal geflogen? Dann ist es jetzt das erste Mal. Wir haben den besten Piloten dabei, den wir haben. Verbrennungs- und Verbrühungsverletzungen sind üblicherweise extrem schmerzhafte Verletzungen. Wenn ich merke, er macht seine Witze, dann bin ich beruhigt. Das sieht gut aus.